ja das ist hier unser alter container der würde in den letzten 30 jahren für so manches missbraucht beim letzten gewitter hat er massiv gelitten ja wurde feucht und war vorher schon nicht mehr so der hit aber ja jetzt wird entsorgt wir haben hier bereits gurken untergelegt kran steht parat der kommt ja und haben wir die türe zu von der kiste und schauen wir guter dinge ich wünsche einen schönen tag ja der kran steht hier wir probieren ein bisschen zu ziehen ob der anbau hier gerade mit kommt oder zusammen kracht oder sonst irgendwas das wissen wir jetzt alles nicht so 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 mit hoher gewalt wird sehr gehoben wo die mäuse rennen davon die mäuse haben wir da hat es ein mäuse nest einge die mäuse rennen davon so 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 Das können wir dann noch ein Klub lösen. 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 Und einen schönen Tag noch.